2015 machte Herre Kanne in seinem zweiten Länderspiel Bekanntschaft mit Giorgio Chiellini. Der italienische Verteidiger holte ihn nach wenigen Minuten von den Beinen. Duell zweier Form starker Teams Ich hatte danach einen Pferdekuss. Das war eine nette Begrüßung im internationalen Fußball, lacht Kanne heute. Zum Duell mit Chiellini wird es auch am Mittwoch kommen, wenn die Spurs in Torren zu Gast sind. Ich freue mich auf das Wiedersehen, schmunzelt Kanne. Die Zahlen vor dem Achtelfinal-Hinspiel versprechen eine hochklassige Angelegenheit. Elf Pflichtspiele hat Juventus zuletzt in Serie gewonnen. Bei Totenheim sind es sogar zwölf Spiele in Folge. Seit 26 Partien hat Juventus auf internationalem Parkett zu Hause nicht mehr verloren. 32 Saisontore hat Kanne nach 33 Pflichtspielen auf dem Konto. Gegen Juventus dürfte es Hurrikaner aber schwer haben. Nur gerade ein Gegentor haben die Italiener in den letzten 16 Spielen kassiert. Es ist besser, wenn ich das meinen Spielern nicht erzähle, schmunzelte Spurs-Coach Maurizio Pochettino vor dem Showdown.